Maria, sei gegrüßet, du lichtermorgenstern, der Glanz, der dich umfließt, verkündet uns den Herrn. Von jeder Makel rein sollst du zum Menschen heilen, als höchste Mutter sein. Gott will, du sollst empfangen aus seiner Hand den Sohn. Er wird durch ihn gelangen, auf Davids Herrscher drohen. Des höchsten Sohns sogleich wird dieser Jesus heißen, unendlich ist sein Reich. Den Sohn, den du empfangen, er sehnt die ganze Welt. Mit heiligem Verlanden, denn er ist jener Held, der unsere Wande bricht und aus des Todes schattet, uns rufet an das Licht. Er ist jener Held. Er ist jener Held. Er ist jener Held. Untertitelung des ZDF, 2020